Unbeschreiblich. Ich war am Anfang wirklich nervös, aber mit der Zeit ging es dann besser und zum Schluss war es einfach einen Puls drauf. Das Gewehr hat nur noch gesprungen und es war einfach. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Also ich bin wöchentlich Radfahren gegangen und auch Techniktraining war dabei. Also ich habe gehofft, dass es noch gut geht und dass ich noch das Beste herausholen kann und es ist dann aufgegangen. Also mein nächstes Ziel ist die Qualifikation zur Europameisterschaft und natürlich der Weltcup in Kanada. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Es war wirklich großartig und es macht wirklich Freude zu schießen, wenn so viele Zuschauer dabei sind.